Wie sie flexen will, weil sie bei der Premiere von Chantal im Märchenland war. Ich frag mich langsam, ob man eigentlich alles haten kann. Ja, ich war am roten Teppich von Chantal im Märchenland und durfte genau dort, wo auch Elias M. Barek, Jellerhase und die ganzen anderen Stars standen, Fotos und Videos drehen. Wenn ich wirklich angeben würde, dann hätte ich gepostet, dass ich mit Elias M. Barek ein Interview geführt habe und er mir einen Schokohasen geschenkt hat und das ist einfach mein Kindheitscrush gewesen. Aber warum der Kommentar unter einem Video kommt, wo man fast gar nichts sieht und ich einfach einen Filter verwende, verstehe ich nicht.